Hey there to all snow lovers in so chaotic times it's time to go back to nature to connect with our loved ones with our dog I wish you from the Art of magazine team happy new year merry christmas and enjoy the time on alle Schneeliebhaber in so kaltischen Zeiten geniessen wir die Natur aufs Neue vielleicht einmal ein bisschen anders wünschen euch schöne Weihnachten einen guten Rutsch ins neue Jahr und geniesst die Zeit alles Gute für 2022 enjoy the time